Ja, ist das geil? Ja, das ist gut. Doch nie, noch nie Feuerschaft gespielt auf Feld. Näh, jetzt nicht. Aber jetzt lernst du es eigentlich mal, oder? Ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal Feuerschaft gespielt, aber nur auf... ...Genevenreitigen. Ne, ne, nur auf Dingen, Finan Resort und... Ja, genau da. Okay. Ja, und da ohne bei... Da ohne, nicht zu fangen. Okay, was, no Killcam? Aber das sieht man, ja. Voll nachhaut, ja. Voll der Kur. Gewalt da. Hilfe, Einsatzziel Bravo ist verloren. Ja, der schluckt wieder. Da unten im Haus. Halt das Einsatzziel an. Oh, jetzt kommt er wieder da. Das geschulte Auge zum Einsatz hier. Bei Bravo oben in dieser Betonbarrikade. Es ist runtergedrumpft. Der ist so angehebt, der jetzt den hol ich mal. Ja, ich habe den Oka dann getötet, 10.000 Mal. Beschützt. Ganz groß. Und jetzt immer noch. Alter, da sind doch gar keiner mehr. Es ist keiner mehr im Gegner. Zwei Leute nur. Ja, sehr langweilig. Wir haben Einsatzziel Bravo erobert. Guck mal, Call of Duty kann ich mal ein Beispiel nehmen, mal eine Herrschaft hier. Weil wenn du so, wenn du bei Call of Duty Herrschaft spielst, brauchst du ein halbes Jahr, um Einsatzziel einzunehmen. Das nimmt du jetzt die Geschwindigkeit raus. Ey, wir sind die einzigsten, die was hier schaffen, Alter. Ist das peinlich. So. Traurig. Sentinel, brauchst du... Brauchen Muni gleich. Ja, geht her. Schieß mal ein bisschen was heroben, damit du Muni brauchst. Nix da. Alter, ich hasse die Eier. Ich hasse die Eier 160 so, aber ich will da jetzt Master Dog Tech für das Teil haben. Oh mein Gott, Mann. Muni. Muni. Die Eier 160. Guck mal, die Eier 160. Guck mal, wie winzig das Teil ist. Guck mal von der Seite drauf. Ja. Wer? Sentinel, du hast unser Teil nicht. Ey, Sentinel hat unser Emblem nicht. Weg mit dir. Ja. Na Spaß. Nein! Oh nein! Ey, wir warten hier und machen gar nichts. Die streichen sich doch nicht mal an, um was einzunehmen. Wie wollen wir? Sanitäts-Einsatz. Sanitäts-Einsatz. Der Sanitäter kommt. Sanitäts-Einsatz. Lass mich durch. Ein Satz. Wo werde ich gebraucht? Da! Was ergibt's mir? Ergibt's mir? Mama! Manna! Wir kommen auf einen Punkt jetzt, echt? Was soll das? Sanitäts-Einsatz. Guck mal, ich bin mobiler Sanitäter hier. Warte, schau mal. Oh, die nimmt mal eine Flagge ein. Oh, lass mal hingehen. Sanitäts-Tasche. 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 Sanitäts-Tasche im Anschlag hier. Geht's los. Ja, bitte, taste. Juhu. Mach mal so. Warte, schau mal auf uns. Bisschen. Funny-Boy und Funny-Woman. Schau mal, IOA. Oh, nee. Hier, IOA, der Sanitäter ist am Start. Hahahaha. Hahahaha. Alle legen wir was. Äh, weit, weit, weit. Hahahaha. Lass mal auf den Turm gehen. Lass alle auf den Turm gehen und das da um beobachten. Ich hab' ne Granate. Ich hab' ne Granate in der Hand. Ich war neulich. Einfach verloren. Ich warne dich. Ich zieh' den Stift. Ich zieh' den Stift. Hahahaha. Boah, er hat mir gegeben. Scheiße. Ich warne dich. Mach' keinen Scheiß, wenn du verreckst. Na, ich zieh' den Stift. Ich sag's dir. Huuu. Hehehe. 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 Na, was geht. He? Ich zieh' den Stift. Hehehe. Ich zieh' den Stift. Und der ist so bumm. Hehehe. Nein. Hehehe. Joa, schau. Schau, komm her. Das ist das Einsatzziel, das ihr angreifen sollt. War aber schlecht gemacht. Nee, nee. Hehehe. Oh mein Gott, er hat mir gegeben mit seiner Auge. Ich zieh' den Stift. Ich hab' ihm gesagt. Ich hab' den Stift gezogen. Aber es hat nichts gebracht. Schade. Hehehe. Das nächste Mal. Jetzt bin ich tot. Und keiner hilft mehr. Mann. 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 Hehehe. 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 Unter uns ist ein. Genau. Das Pseil macht ihr da oben, alter. Hehehe. 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 weil ich... Ja komm, ihr seid einfach fast ganz oben. Ich bin doch schon oben. Das ist bestimmt sehr interessant im Video dann anzusehen, wie du da hochkletterst. Ja! Musst du grad reinmachen. Er hat ja unterstützt und er hat nicht mehr mitgeklettert. Mach mal ein Tutorial. Du bekleimt der Riesensäule und peelerhaft übertragen. Oh nein! Wir haben Einsatzziel draußen verloren. Der Riesensäule. Ja, dann musst du ja so, nun fang ich an hier hochzuklettern. Ich werd jetzt nen kurzen Cut reinmachen. Ja, so. Die einfach so hoch ist. Lass da auch mal raufklettern, okay, Jus? Ja, warte. Ich bin immer hinter dir. Bravo, Leute! Ey, Lizard! Guck mal wer da kommt! Guck mal wer da kommt! Oh, du bekleimt der Riesensäule! Ja, du bekleimt der Riesensäule! Ja, du bekleimt der Riesensäule! Ja, du bekleimt der Riesensäule! Hm, ja, dein Popo ist sehr sexy! Hm, ja, geil! 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 Ja, 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 ich glaub, ich glaub, ja, ja, ja. erster ich komme wieder hoch der erste sein der moment der wahrheit ich habe einen grünen laserpointer gerade in der fresse guck mal ich habe auch roten guck mal hier unten ich kann nicht so weit runtergucken ich kann nur meine stimmigen schultern betracht hier guck mal runter guck mal runter guck mal Senti da siehst du es? Entschuldigung Verzeihung Entschuldigung Verzeihung Entschuldigung Verzeihung Machen jetzt geht doch ich pack hier gerade rum Alter sieht man das? Ja Mann ich bin wieder runter geflogen Ooooooh LIZARD LIZARD Gott du kleinste Riesensäule ich bin gleich oben bald werde ich oben sein und ich will der allerbeste sein ich will der allerbeste sein jeder keiner vor mir ja so Kär mal Kär mal was entgegen dir viel Spaß damit so Hau to trolling äh Gegner wie Gegner Geh mal da rauf und dann geh auf das Ding da rauf warte oh nein nein warte warte so komm schnapp sie mir leg dich mal hin und dann drück mal die ganze Zeit Y und dann dreh dich jetzt im Kreis warte kurz ihr wisst dass wir mal mal was machen wollen das sieht so behindert aus wie so ein homoerotisches Model ja ja wo ist denn der da unten der ist da hinten guck mal soll sie das aus so sieht das aus ahh komm mal her Settine wo ist der lecker der ist da im Gebäude da drin im Haus da drin aaaa pass auf warte das cliché Der từ Nachmitt fifty-dacht schnell beenden Ja, das kann man natürlich mit dem Desi mal ganz schnell beheben, so einen 10-fachen Bruch an jedem Knochen des Körpers. Ja. So gestandert. Ich brauche Muni. Natürlich, ich meine bei so einem... Ich meine bei so einem Aufprall aus 100 Meter Höhe ist klar, dass der Herzschlag mal ganz kurz aussetzt, aber mehr sollte da auch nicht kaputt sein. Nein. Einmal kurz aneinander reiben und dann... Ey, der klettert einen hohen Gegner. Vernichte die ihn. All auf ihn. Ich nehme die Pistole. Dann lass ihn raufklettern. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich komme mit der Sanita schön dahin. Alter, wie hoch der ist. Alter, Alter, Alter. Der kommt da, der kommt, der kommt da. Der springt. Oh, er springt. Er will sich das Leben nehmen. Was ist er denn für einer? Ich werfe ihn mit der Sanitasche. Stirb. Hey, hey, schau so. Sag mal so. Ha, was ist los? Na, schau mal. Vor dir. Ich bin da so. Ah. Nee, Mann. Nein, der hat mich. Meine Waffe hängt in meinem Schritt. Lissard, spring mal runter. Seid ja aus, der ist schon Latte. Das ist ein wie ein Brot. Ja, geil. Schreck. Schneckre. Nein, wir müssen ihn begraben. Alter, wir leben mal wieder. Alter, wir leben mal wieder. Das wird so sexy aus, den auf YouTube dann. Alter, ohne Mist. Wenn da, wenn, wenn das Video irgendwer schaut und dann denkt, dass ich auch so, Alter, seid ihr behindert. 防gel. Ja, ich bin ein Mann. Du darfst doch nicht mit deinem Mann. Ja, ich bin ein Mann. Mein Mann. , dann geht das jetzt. Das stimmt! Prozent ich gebe Gas der war ein Gegner der tötet sich einfach da ist noch einer von der Verwalt bei er will ich wollte alle kommen Prozent Prozent da ja jetzt an die Kampfsanitäter Prozent 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 wo den Weg Leute wie schaut es aus da wer hat mich an die Uhr da ich war auch gemacht Prozent Prozent er hat bei mir mal ich hab die beste kd nein hey was ist denn das hier? YOLO hey was ist denn das hier? hey was ist denn das hier? oh das ist eine granate Aua ich lebe ich bin schon wieder tot ich hab wirklich die beste kd wirklich jetzt müsste aufpassen oha 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 ich hab die beste kd oha ich bin eindeutig der beste von uns JAAA 100% oh my god 05er kd läuft